das Gebäude ist fertig haben das darf nicht wahr sein das ist ein bisschen könnte ich lange dauern und das Gefühl die Kulte gar nicht so glücklich aber immer total Verluste und so weiter und so weiter ich bin 1 2 ich bin hier 2 was wünscht ihr 3 wie ihr verlangt hier das muss ich so wieso machen das von 6 so 1,2,3 1,2,3,4 das ist Supergruppe 1 das ist Supergruppe 2 das passt auch noch Supergruppe 3 habe ich gar nicht ich habe es nicht das ist mir dann Gruppe 6 so 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 2,3 geht doch gar nicht so jetzt geht es ok ok ach ja na super ganz toll ganz tolle Sache hier gefällt mir alles wunderbar ich muss mal ich muss unbedingt mal einen von den Basis da kaputt kriegen so ok wir haben jetzt hoffentlich von allem genug doch wir haben noch Priester habe ich auch noch dabei ist gut so was ist eigentlich was ist auf der Seite eigentlich wir werden angegriffen ja super ja super hinter uns ach verdammt nochmal ja kann ich gar nichts machen aktuell ähm außer nochmal außer nochmal zurückkommen Erweiterung abgeschlossen Herr außer so nochmal hinzufliegen das darf doch nicht wahr sein ne da ach ne ey es klappt hier gar nichts immer hat der Kipp von irgendwelchen Typen ja super ja super da was sind da eigentlich da ist noch ein Trümchen guck mal an so unsere Streitkräfte werden angegriffen so mal schauen können wir irgendwas erforschen hier tatsächlich noch mehr noch Höchheitsschaden das ist doch gut jetzt überhaupt Tank des Drachenodems ja so so wir werden angegriffen wir werden angegriffen so 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 So, alles perfekt, haben wir ihn wieder zurückgezogen, wo kann man ihn eigentlich von hier holen? Schade eigentlich, müsste doch eigentlich trotzdem funktionieren. Können wir da nicht durch? So, hier haben wir zur Seite. So gehen, oder? Geht doch. Na, sollte doch eigentlich ein bisschen besser klappen jetzt. Die machen sofort wieder einen neuen, ey, das ist unglaublich. Ey, das ist so blöd in dem Spiel teilweise. So. Oh, ja. Na, ja. Ich habe was verloren dabei, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich brauche sofort wieder neue nein glauben wir wieder ein bisschen zu chaotisch rum weil sie das lieben das lieben sie wirklich das verreckt die weil die so doof sind was macht ihr da eigentlich so weil das recht gerne haben ehrlich ist deren echt hobby einfach doofe verderben rennen die meine katapult wieder wenn sie da drauf und man hier noch dahin da hin das kann sein machen ich werde meinen stahl schmecken sie überhaupt noch da ja 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 ich bin auch nicht zu selbstständig zu selbstständig muss man ehrlich sagen noch mal drauf wieder 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 genau den selben fehler ne wieder den selben fehler gemacht ja super ach gott das klappt nicht so ganz gut hier so ach man du ganzes späßchen da was machst du da eigentlich ich weiß nicht wieso die manchmal so voreilig sind ehrlich nicht so ach gott greif aber da an soo soo die haben gar keine Songs ach ja die haben gar keine Songs eigentlich soo ich tue was das Konzil verlangt soo ich trage das Licht so ich nehme dich jetzt wieder was für Streitkräfte werden angegriffen das ist unglaublich der baut einfach wieder auf echt dreist das finde ich echt dreist muss ich echt sagen soll man den jetzt zumindest da einmal erledigt jetzt machen wir hier ein bisschen Ruhe so was wir jetzt mal bräuchten das ist eigentlich mit unserem Phönix der ist weg ja war ja klar ne auch viele Einheiten verloren leider aber ich denke mal wenn wir den endlich mal ein bisschen erledigt puch zumindest ein Teil ja hier wortel ich wieder auf jetzt ist die einmal eingekesselt so was machen wir nur zwei Katapulte wollen wir auch noch wieder ach ja ach hier überhaupt wieder Angriff na wir haben keinen Spaß hier dran ehrlich so jetzt wollen die immer da hin ja können sie ja machen aber damit das ja irgendwas hilft so naja damit das ja irgendwas hilft wenn die jetzt hier mal hinlaufen wollen ja so komm her so ich denke mal die Basis haben wir jetzt denk ich mal ey die haben aber wohl in der Tasche hat auch lange genug gedauert muss man ja mal sagen so so ok ok so 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 ja der oben der oben kriegt auch noch Probleme aber so das ist der letztes der Turm den wir jetzt erledigen dann sieht man ja dann sieht man ja kann ich einfach drauf schießen so geht wohl nicht doch ich sehe ja ich sehe denn ja das bringt ihn gar nicht dass er getarnt ist er flieht er flieht auch schön er flieht auch schön also ich glaube die Basis haben wir wohl erobert mal platt gemacht so so was machen die hier ja die sammeln sich wieder an ich mach jetzt mit den beiden hier platt sollte erreichen so ok da haben wir die erste Basis von denen erledigt von denen erledigt Held der Untiere aha so das bringt das bringt er ist wohl getarnt aber das bringt ihm gar nichts weil er trotzdem er amnig sausten wird und das er gar nicht registriert ja ja naja ein paar Helm mehr aber der ist auf Entfernung das registriert er jetzt gar nicht aktuell weil er wohl ja nicht mehr weiß was ihm geschieht der stimmt einfach jetzt in eine Katapult ja ist doch toll ja ja kann man ja 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 anfänger der Untiere vernichtet 1 und 5 dann muss ich jetzt ne so ich geh nochmal nach O vorne weil ich jetzt von der anderen Seite auch noch angreife ach die scheiße kommt denn da jetzt ey Das ist jetzt mal eine Überraschung. Das ist jetzt mal eine Überraschung. Ich meine die ganze Basis platt und da sitzen die dann machen gar nichts. So kann ich mal ein bisschen nachrücken. Das ist auch so ein bisschen typisch hier, ne? Wir werden angegriffen. Zum Feuern bereit. Feuer. So. 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 Eigentlich hast du kein Thema an und für sich, aber die machen die jetzt gar nichts. Naja. Ich dachte, da wäre auch keiner mehr. Ja. So. Sag das nur. Haltet sie auf Abstand. So. Feuer. So. So. Naja, jetzt bin ich noch zu nahe reingekommen. So. 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 Wir werden angegriffen. So. So. Ich bin da drinnen, kein Problem nachzustellen. So. Ja. so mehr ich kann für nichts mehr die europäische das wird erledigt das war es so endgültig mit dem kann so sein wir haben ein problem hier so komm ich schon komm her ja die schon doch doch noch ein paar von den noch bauen ja vielleicht besser ja so völlig alle möglichen einheiten her ja super herzlichen glückwunsch wieder für nichts ach nee eine neue basis und die war gleich mal aufbauen können um der wir gehen mal jetzt hier hin ach so okay das lief hier wieder echt super an und für sich wenn man es genau betrachtet gut hat sich eingebunden mann ich krieg zuviel langsam geht mir das war auf den nerven muss ich echt sagen das geht mir langsam voll auf den nerven das geht mir langsam voll auf den keks den ganzen mist hier okay so Wo kommt der überhaupt her? Der kommt doch von hier oben irgendwo. Ach, hier war doch glaube ich noch was, nur hier oben drauf. Ach ja, ich weiß nicht so. Nehmen gar keinen Katapult mehr, ne? So nur der Phönix da, von dem Katapult. Ja, super, ne? Ja, unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ah ja, ich weiß nicht so, ne? Ich darf nur ein Turm von dem, da sind sie ja. So, naja. So. Ich verstehe schon. So, Katapulte, wieder ein paar Stück von denen. Da machen wir mal ein paar Arbeiter her, die sind noch dabei, die leben noch und haben das auch überstanden. So. So. Sag das nur. Okay, muss man jetzt mal, nicht mehr viel übrig geblieben, war? In den Himmel. In den Himmel. Haben wir denn hier? Wo sind denn der Phönix abgeblieben? Da ist ein Phönix. Da ist ein Phönix. Den brauche ich natürlich zur Aufklärung. Von so ein süßes Mi-Beruf. Ach, ich glaube hier oben auch noch eine Basis, ey. Wäre super. Ah ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich weiß nicht so. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie wir die Ziele machen können. Ach, Gott. Das ist ja so irre hier diese Mission, ey. Das zieht sich auch hin, wie sonst etwas. Was? Hätte er doch einen Armer. Wegen diesen blöden Fernkampfeinheiten. Ach, warte mal. Zieh mal da hin. Guck mal, ob ich da jetzt hinkomme. Da kann ich von dort aus irgendwie... Ich muss ja mal einen Weg freimachen. Freimachen. Weg frei. Guck mal an. Guck mal an. So. Wo sollen wir hin? Ja, immer hier hin, am besten.